Hallöchen, mein Lieben. Ich möchte heute, bzw. was heißt heute? Ich fange mal anders an. Ich mache es erstmal so. Ich habe ja gesagt, ich habe ganz viele Blöcke, die ich verbasteln möchte. Nicht, weil ich sie nicht schön finde, sondern weil sie eben wirklich nur rumstehen. Und dafür sind sie ja eigentlich auch zu schade und nur zum Streicheln. Ich habe mir also vorgenommen, diesen Block zu verbasteln und ich habe mir da auch schon Papiere rausgeholt, die ich verbasteln wollen würde. Moment, ich zeige sie euch. Ich versuche das mal hier ein bisschen. Ich muss hier mal erstmal die Einstellung ein bisschen ändern, so damit ihr alles seht hier. Vor allem muss ich meine Brille aufsetzen, damit ich alles sehe. So, da ist einmal dieses Blatt und was soll ich sagen? Ich finde die Blumen schön, aber es ist mir einfach zu überladen. Aber ich will damit Karten basteln, wo dieses Papier trotzdem zur Geltung kommt, aber nicht so überladen wirkt. Genau, das ist mein Ziel. Das gleiche mit dem Papier. Wunder, wunderschön, aber mir einfach zu überladen. Also klar, man könnte es theoretisch als Hintergrund nehmen und nur noch einen Spruch drauf und schön ist, aber das will ich nicht. So, dann habe ich dieses Blatt, auch sehr überladen, aber schön. Dann habe ich dieses Blatt, wie rum auch immer. Dieses Blatt, dieses Blatt, dieses Blatt und dann wiederholen die sich, glaube ich. Genau, die hatten wir alle schon. Genau, diese Blätter möchte ich gerne zu Karten verbasteln. Und das ist erstmal der Start, die Blätter. Ich habe mir dazu schon ein paar Papiere rausgesucht, die eventuell dazu passen könnten. Also unter anderem, also es ist gerade bei Action mal hier. Genau, Action gibt es, glaube ich, immer noch. Die sind 27 mal 13,5. Rein theoretisch könnte man daraus quadratische Karten machen. Ich stehe nur nicht so auf quadratische Karten und ich will eigentlich auch keine quadratischen machen. Deshalb werde ich mir aus diesem Papier die Mattung für das Papier hier schneiden. Und ich habe mir, wie gesagt, also das ist jetzt das, was kräftig ist. Also die hier. Moment. Das und die sind es. Genau. Das sind die kräftigen, wo das Blatt hier war. Und dann gibt es sie ja noch in Pastell. Und ich fange mal an. Das Blau zum Beispiel passt hier super zu. Kann man benutzen. Dann das Rosa passt hier auch super zu. Dann gibt es hier auch Flieder. Das passt auch super dazu. Ne? Also nur damit ihr seht, was ich vorhabe. Das werden im Prinzip die Mattungen für meine Kartenaufleger. Und genau, wie ich die gestalte, weiß ich noch nicht genau. Ich fange erst mal an. Ich wollte jetzt erst mal nur den Plan mit euch teilen. Und ich werde das jetzt alles mal ein bisschen vorbereiten. So wie mit diesen Die-Cut-Karten. Und werde dann aber versuchen, zwischendrin mitzufilmen. Wenn ich einen, also ich werde wahrscheinlich wieder gesagt, mehrere machen, die gleich sind oder ähnlich sind. Da filme ich eine dann mit. Und den Rest zeige ich dann so, weil es ist ja wirklich sehr viel Papier. Und da kommen wahrscheinlich sehr viele Kärtchen bei raus. Ich weiß auch noch nicht, ob Slimline oder im A6-Format. Das gucke ich mal. Das werde ich dann sehen. Aber auf jeden Fall sind das die Blätter, die verbastelt werden. Und ich will eigentlich am Ende auch nichts davon übrig behalten. Das heißt, ich versuche jetzt, Karten zu basteln, wo ich wirklich alles am Papier von diesen Papieren hier verbasteln kann. Genau. Eventuell hole ich mir noch, jetzt zeige ich euch mal den Rest, der hier noch in dem Block ist. Da ist ja nicht mehr ganz so viel. Aber ich versuche mal. Genau. Eventuell hole ich mir noch von den, naja, das ist, das weiß ich noch nicht, was ich damit mache. Aber da gibt es auf der Rückseite hier ein Basic-Papier, was man nehmen könnte. Das haben wir von der anderen Seite. Weiß ich nicht, ob ich das als, na, ich weiß nicht. Also wie gesagt, zur Not würde ich mir eben aus diesem Block noch Papiere holen, die man eben schön benutzen kann, die eben nicht so überladen sind. Zeige ich euch jetzt hier den Rest der Papiere. Genau. Das sind alles Blätter, die man ja auch schön als Mattung eventuell nehmen kann oder zumindest um einen Spruch drauf zu stempeln und zu embossen. Das ist auch alles. Ich weiß nicht, ob ich sie benutze. Ich werde sehen. Ich werde mir erst mal einen Plan machen, wie ich die Blätter aufteile und was ich damit genau mache. und mir die Mattung dazu schneiden und mir meine Kartenrohlinge dementsprechend dann gestalten und mir passende Sprüche dazu ausstanzen oder stempeln. Mal gucken. Das weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Und wenn ich das alles fertig habe, dann geht es weiter mit dem Video. Bis dahin verbleibe ich erst mal. Ja, es ist immer schwierig. Also ich habe einen Plan, aber ich weiß eben noch nicht genau, wie. Ich will so ein bisschen Sketchkarten machen, also nach Sketchen ein bisschen arbeiten und dabei das Papier verbrauchen. Ich will aber auch so ein bisschen freie Hand das alles gestalten. Und am Ende, wie gesagt, wenn ich alles vorbereitet habe, soweit, wie ich das dann geplant habe, dann hole ich euch nochmal zu und zeige euch, wie ich die Karten aufbauen möchte. Also so wie beim letzten Video im Prinzip mit diesen Die-Cut-Blöcken. Beim Zusammenbauen weiß ich, wie gesagt, nicht, ob ich euch da mitnehme oder nicht. Aber wahrscheinlich eine Karte oder zwei Karten. Ihr wisst, das dauert sonst einfach zu lange bei mir. Und ich will es ja auch nicht in die Länge ziehen, unnötig. Und genau, dementsprechend sehen wir uns, wenn das hier alles zugeschnitten ist und schon ordentlich sortiert ist und Kartenrohlinge draus gemacht wurden. Also die Kartenrohlinge dazu draus gemacht wurden. Genau, also bis später dann. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt alles soweit vorbereitet. Und ja, also ich habe insgesamt 26 Karten gemacht, beziehungsweise eine von den ganzen unterschiedlichen mache ich mit euch zusammen. Den Rest zeige ich euch dann, weil es doch ein bisschen aufwendiger war und es soll ja auch nur Inspiration sein. Also ich fange mal an mit den Langkarten. Und da habe ich einen Aufleger mit diesem Papier in 10 mal 20,5. Den klebe ich jetzt hier rauf. Aber ich mache das mal mit dem hier. Das geht besser und schneller. Genau. Und ich kann euch sagen, also ich habe immer noch Papier übrig. Ich hätte wahrscheinlich das Doppelte an Karten machen können. Aber ich habe zum Schluss irgendwann echt gedacht, oh Gott, wann sind die Blumen endlich weg? Aber naja, so ist das eben. So, dann habe ich mir, ich arbeite ja unheimlich gerne mit Handstanzern, wenn ich viele Karten mache, weil es mir dann immer zu anstrengend ist, für jede Karte eine einzelne Stanze rauszuholen. Mit den Handstanzern, das geht relativ schnell. Okay, ich habe so eine quadratische Handstanze, also so ein Punch, ne, so ein Puncher. Und zwar in groß und eine Nummer kleiner. Und ich habe also beides mit dem Handstanze ausgestanzt. Und zwar einmal eine Mattung in einem hellen Grün, was ich finde, passt hierzu. Also ich hatte auch nichts anderes. Das ist ja auch so ein helles Grün, ne. Sieht man vielleicht in der Kamera nicht, aber ist so. Genau, da habe ich mir also drei Quadrate von gemacht. Die habe ich auch schon vorher mit Abstandshaltern. Ich hoffe, ihr seht das. Genau, ich weiß nicht wie viel. Ich glaube zwei Millimeter. Und die setze ich mir jetzt wie folgt drauf. Das ist klar, ne. Wenn ich kleben will, dann will der Kleber nichts. So, eins hier oben in die Ecke. Und ihr könnt es euch denken, eins kommt in die Mitte. Also ich messe hier nichts ab. Das ist hier wirklich alles Pi mal Daumen. So. Und dann habe ich von meiner Oma irgendwann mal so eine Organza-Kreise bekommen. Und ich fand, die passen jetzt da perfekt. Also habe ich mir ein paar Sprüche von Dani Peuys, die Klartextstempel, habe ich mir vorher schon auf ausgestanzen Teilen. Das mache ich öfter mal, dass ich da schon ein paar Sprüche vorbereite. Mann, ey, ich mag diese Klebeflasche nicht mehr. Entschuldigung, ich wollte nicht fluchen. Aber manchmal ist es eben so, dass genau in dem Moment, wo man es dann braucht, ne, alles nicht funktioniert. So, und das klebe ich mir hier in die Mitte auf. Und natürlich kann man das jetzt noch mit Steinchen verzieren. Das wollte ich jetzt nicht mehr, weil ich war froh, dass ich dann irgendwann auch fertig war. Und ich zeige euch mal die anderen davon. Also, das ist Karte Nummer 1. Ne, ich mache das mal so rum. Genau, so geht besser. Karte Nummer 1. Wie gesagt, kann man noch verzieren. Ursprünglich war das Karte Nummer 1, weil ich mit mehreren Quadraten arbeiten wollte. Aber das hat mir nicht gefallen. Aber das wäre dann Karte Nummer 2. Karte Nummer 3 ist die. Karte Nummer 4 ist die. Und ihr seht, ich habe überall dieses Organza benutzt. Und, naja, ich habe versucht, wirklich diese ganzen Papiere irgendwie unterzukriegen. Und es ist echt schwierig, wenn das ganze Blatt so vollgepusht mit Blumen ist. Oder wahrscheinlich nicht nur mit Blumen, sondern auch mit anderen Sachen. So, wo waren wir denn bei Karte 4? Karte 5? Karte Nummer 6. Habe ich vielleicht doch mehr gemacht? Naja. Karte Nummer 6. Karte Nummer 7. Ja, ich habe mehr gemacht. Ich habe 8 gemacht. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. Es sei denn, ich habe nicht verzählt, aber das glaube ich nicht. So. Da habe ich keins mehr gehabt, was fertig war auf so einem Organza-Teil. Deshalb habe ich das daneben geklebt, damit es nicht ganz so schlimm aussieht. Und die letzte Karte Nummer 8 ist die. So. Das war mein erster Karten, sagt man, Sketch dazu. Also, ich habe mich auch an keinen Sketch gehalten, den es so im Internet gibt, sondern ich habe das einfach freischnauze gemacht. Ne? So, wie es mir einfiel. So. Für die zweite Karte, also für die zweite Kartenart, habe ich folgendes gemacht. Ich habe mir drei Ecken geschnitten. Und die kommen dann so hin. Und da drauf kommt natürlich, klar, Blumenpapier. Wie soll es auch anders sein, ne? Das klebe ich jetzt gleich fest. Hier oben kommt das gleiche hin. Und dazwischen kommt dann so ein... Ah, das zeige ich euch gleich. Erstmal eins machen. So. Also, es ist eigentlich ganz einfach gemacht. Ich habe auch echt versucht... Also, ich glaube, wenn man versucht, irgendwie Karten herzustellen, um Inspiration für alle möglichen Leute zu finden, dann macht man sich nicht mehr viel Gedanken von wegen, oh, mache ich das vielleicht lieber so oder so, sondern man versucht irgendwie, das anderen... Also, es soll ja nur ein Beispiel sein oder Inspiration sein für euch, wie ihr eben so vollflächige Blätter mit, also Cardstock mit Blumen oder was... Es gibt ja auch Muster, die einfach total überladen sind. Und das, finde ich, ist bei diesen Blumenblöcken so schön, wie sie sind, aber sie sind sehr überladen. Und das ist dann auch der Grund, warum ich teilweise die dann nicht mehr benutze oder überhaupt nicht verbastle, weil ich gar nicht weiß, wie ich da, ne, was machen soll. Und ich sage jetzt mal, ja, man kann ein kleines gemustertes Papier, also so Reste... Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, was man damit machen kann. So, ich muss euch mal Pause machen. Ich muss mal meinen Kleber erst mal hier frei machen. Moment. So, jetzt sollte er wieder gehen. Aber er neigt sich eh dem Ende, also von daher... Muss ich wohl gleich mal zu einer anderen Flasche greifen. Ja. Gut, dann... Nehme ich den Tombow. Der steht hier gerade rum. Ist jetzt nicht mein Lieblingskleber, weil der eben so nachklebt. Aber... Ich wollte ja jetzt das Video auch nicht in die Länge ziehen. So, also... Dreiecke aufkleben. So. Und dann... Klebe ich mir die Dreiecke... Ihr seid gar nicht so... Ich muss euch mal ein bisschen... So. Dann seht ihr das, glaube ich, besser. Dann klebe ich mir die Dreiecke... Och, jetzt will der Tombow auch nicht. Haben sich heute alle gegen mich verschworen. Ach ja. Die klebe ich mir dann hier unten rauf. Mit ein bisschen Abstand. Ja, das ist zum Beispiel das, was ich meine. Dann habe ich den jetzt hier drauf. Das nervt mich ein bisschen, weil der, wie gesagt, nachklebt. Aber schuldeigene, wenn man so viel Kleber benutzt, ne? Ich habe irgendwo auch so einen Kleberadierer. So. Sollte man wahrscheinlich erst benutzen, wenn der Kleber trocken ist. So, ich muss mal kurz Hände rubbeln, weil die sind jetzt auch voll mit Kleber. So, genau. Dann mache ich das andere Dreieck oben rauf. Möglichst mit nicht zu viel Kleber, damit nicht wieder alles beiseite ist. Und dann... Schere ist da. Das habe ich mit einer Bordurenstanze gemacht. Und zwar auch mit so einer Handstanze. Das ist ja das Schöne. Da hat man ja ein paar von. So. Und rein theoretisch könnte ich die hier so anlegen. Ich habe sie natürlich nicht vorher zugeschnitten, ne? Warum auch? So, aber ich muss sie hier oben auf jeden Fall noch ein kurzes Stück ein... Also es wird vielleicht jetzt nicht gerade, aber das ist jetzt auch nicht so ganz tragisch. Genau. Und hier muss ich auch noch ein Stück abschneiden. Wir schauen mal. Wie ist es jetzt so? Pi mal Daumen. Ja, das können wir so lassen. So, dann nehme ich Doppelseite... Äh... Abstandstape. Ich mache mir das hier rauf. So, was mag ich ja auch nicht, wenn das passiert. Aber was soll's. So, wie rum hatte ich es denn? So rum. So, es ist jetzt nicht ganz so perfekt, wie es sollte. Und dann habe ich von meiner Oma irgendwann mal so eine... Ich weiß gar nicht, das sind auf jeden Fall Folien. Und da habe ich wieder einen Spruch rauf und der kommt jetzt hier einfach in die Mitte. Und am besten mit... Doppelseitigem Klebeband, weil... Alles andere wahrscheinlich... So. Ups. Das wäre dann Karte 9. Ich zeige euch die anderen davon. Also Karte 9. Karte 10. Und Karte 11. So. Dann zur nächsten. Da habe ich... Rückenschmerzen habe ich. Einen Aufleger mir zugeschnitten, der hier raufkommt. Dann habe ich einen Streifen von dem Blumenpapier genommen, was mir gerade so in die Gegend kam. Und das Ganze habe ich hier rauf geklebt. Machen wir jetzt auch. So. Alles, was drüber steht, schneiden wir ab. Also wenn man so überladenes Papier hat, wie diese Blumen, dann muss man auch mit Mattung arbeiten. Also ich habe es bei einem Kartensketch ohne gemacht. Also ja, es geht, aber mit ist einfach schöner. Aber es wäre dann auch irgendwann so dick geworden, dass ich gesagt habe, nee, wenn ich jetzt noch eine Mattung mache, das geht gar nicht. So. Abgeschnitten. Und dann hatte ich hier eigentlich... Da ist es. Ein Stück. Also die haben ja immer Vor- und Rückseite. Und ich habe dann die Rückseite von dem einen genommen und habe das hier unten draufgeklebt. Ich habe Rücken... Und das habe ich wirklich bündig hier. Und dazu kann man wieder so einen nehmen. Den könnt ihr hier hinsetzen, wo ihr wollt. Also ich habe den meistens relativ weit unten gesetzt, aber man muss ja nicht immer das Gleiche machen, ne? So. Also. Ich setze den jetzt hier hin. Den muss erst mal ein bisschen trocknen. Und dann kommt das Ganze da rauf. Das mache ich jetzt auch mal mit dem Tombow, weil ich nicht umdrehen kann und ihr wisst schon, ist ja noch nicht trocken. Die Kartenrohlinge habe ich mir übrigens aus einem Action-Block gemacht, aus diesem DIN A3-Block, den es in der Kinderabteilung gibt. Weil, wie gesagt, Lila ist ja jetzt nicht so überall verfügbar. So, ich weiß nicht, bei welcher Nummer wir waren, aber wir sind wahrscheinlich bei Nummer 12. Genau, das müsste Nummer 12 sein. Und dazu habe ich auch noch drei andere Karten. Also Nummer 12, dann ist das Nummer 13. Da habe ich auch wieder so einen, ne? Und die Sprüche sind, wie gesagt, alle von Dani Poys Klartextstempel. 13, 14. Und Nummer 15. So, dann, wir sind's, wir haben's bald. Auch eine ganz, ganz simple Karte. Da habe ich den Kartenrohling einfach so gelassen, wie er ist, ohne Mattung. Sinn der Sache ist, die drei hier so aufzukleben. Und den dann hier unten dran. Und dann machen wir einen Aufleger rauf und dann war's das auch schon. Also hier so ein Spruch rauf und dann war's das schon so. Also ich fange mal an. So. Ich fange auch mit den äußeren beiden an. Weil es dann einfacher ist, die Mitte zu finden. Und es hat einen Grund, warum die so kurz sind. Ihr werdet's gleich sehen. Bei den anderen Karten sind die länger. Aber das waren Reststücke. Und ich wollte die nicht... Also die Streifen waren Reststücke. Und deshalb habe ich gedacht, Mensch, dann passt das ja ideal für genau diesen Sketch. Dann ist der eine eben mal nicht bis unten durch, sondern... So. Hier habe ich noch ein Bändchen rauf gemacht. Was es jetzt wahrscheinlich schwierig macht, hier das Ding raufzumachen. Den Kleber raufzumachen, aber ist egal. So. Und weil jetzt unten nichts ist, klebe ich das hier unten ran. Das schließt ja auch nicht ab. Das ist ja mal wieder schlecht gemessen. War aber auch ein Reststück. Aber ist egal. Also ihr werdet's gleich sehen, wie ich das meine. So. Und... Ach. Habe ich hier ja so ein paar schon vorbereitet. Und ich würde jetzt nehmen. Das Leben ist besser mit Freunden wie dir. Und das will ich natürlich ein bisschen erhaben haben. Deshalb kommt hier Abstandsklebeband drauf. Und da das eine große Fläche ist, muss ich hier jetzt auch nicht mit kleinen Klebepunkten arbeiten. Und da... So. Na? So. Schön schräg geklebt jetzt hinten, aber ist egal. Wir können es vorne hier trotzdem... So. Das ist... Aua. Ich habe Rücken. Ich habe keine Ahnung, wie viele Karte es ist, aber wahrscheinlich die 16. Ne? Genau. Wartet mal. Ich muss mal hier ein bisschen aufräumen, damit ich euch die anderen beiden davon zeigen kann. Genau. Nummer 16. Nummer 17. Da gehen die nämlich bis unten durch. Und da war das... Da hätte man das hier überall hin kleben können. Und Nummer 18. Genau. So. Das war der Kartensketch. Dann habe ich noch einen. Und da habe ich ganz simpel... Also ich wollte mal die Rückseite nehmen. Manchmal braucht man auch die Rückseite. So. Das kleben wir uns wieder rauf. Kartenrohling, wie gesagt, den habe ich mir selber gebastelt. Auch aus Actionpapier. Ich weiß gar nicht aus welchem. Ist auch nicht so schlimm. Und dann habe ich mir zwei Rechtecke ausgeschnitten. Also gemattet mit der Rückseite einer Blumenseite. Und die kleben wir jetzt auch auf. Und zwar schräg. Den einen so. Und den anderen so. So. Und da drauf machen wir wieder einen... Diesmal würde ich einen von Herzen nehmen. Auch wieder mit... Foamtape. Und wie gesagt, natürlich kann er noch bling-bling rauf. Aber das... Dafür hatte ich jetzt keinen Nerv mehr. Also wie gesagt, ich sitze ja schon ein paar Tage dran. Weil ich wirklich die ganzen Papiere zusammensuchen musste. Und nebenbei aber noch ein paar andere Sachen machen musste. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt brauche ich meinen Tisch aber frei. Weil ein neues Projekt ansteht. Und... Genau. Da musste ich dann mal jetzt loslegen. Also entweder hier... Ich weiß nicht. Mache ich es mitten in die Mitte. Ich mache es in die Mitte. Oder... Nee, ich mache es hier unten hin. Also da könnt ihr euch ja austoben, wie ihr wollt, ne? So. Das ist dann Karte 19. Und von der Karte habe ich schon drei gemacht. Und ich habe... Weil das Papier nicht weniger werden wollte. Aber das zeige ich euch durch. Also Karte 19. Karte 20. Habe ich Briefumschläge gemacht aus diesem Papier. Und der erste ist ein bisschen groß geworden. Weil ich mich da nach dem... Also auf dem Punchboard steht ja Größe A6. Und ich dachte, das wäre unsere A6-Karte. Aber nee, dem ist nicht so. Aber es ist egal. So. Also Karte 20. Und ihr seht, hier sind die beiden, ne? So. Karte 21. Auch mit passendem Umschlag wieder. Der ist diesmal in... Also da stehen ja Größen drauf. Und ich habe da die Größe A2 genommen. Und das passt perfekt für unsere Karten. Und ja. Genau. Deshalb habe ich mir gedacht, um das Papier zu verbrauchen, sind Umschläge ja nicht schlecht. Und das hat so viel Spaß gemacht, dass ich mir gedacht habe, ich werde jetzt wirklich aus allen Blöcken, die eben so überladen sind, mit irgendwelchen Mustern, die man wirklich ganz schlecht auf eine Karte raufkriegt. Außer vielleicht mal als Streifen oder so. Oder naja, klar. Wenn man jetzt sowas macht, wie ich gemacht habe. Egal. Also jedenfalls Ende vom Lied werde ich daraus Umschläge machen. Das macht nämlich super viel Spaß. So, wo waren wir denn? Also Karte 20, 21, 22. Und Karte 23. Auch mit einem passenden Umschlag. Also ich schicke sowieso mal mit Etikettendrucker hier. Also so einen Labeldrucker, der die Absenderetiketten macht. Genau. So. Also. 22. So. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Sketch. Wird ja auch Zeit. Und das ist der, wo ich gesagt habe, ich habe nicht gemattet, sondern ich habe einfach nur geklebt. Also, ihr wisst schon, was ich meine. So. Und da habe ich wirklich einfach nur, wie ihr das auch kennt, immer 0,5 Zentimeter kleiner als die eigentliche Größe genommen. Also die Karten sind irgendwie 13x13 und ich habe den ersten hier in 12,5x12,5 gemacht. Den zweiten habe ich in 12x12 gemacht. Also bei den quadratischen kann ich euch das sagen. Das sind Actionkartenrohlinge. Ich habe davon so viele. Ich muss die unbedingt mal verbasteln, weil eigentlich mag ich quadratische Karten gar nicht so. Aber, ne, man hat eben meistens alles da und da muss es auch irgendwann verbastelt werden. So. Und den letzten, da habe ich einfach Stücken genommen, die eben noch so übrig waren. Und den lege ich mir jetzt hier irgendwie so hin. Also wie könnt ihr euch, ihr könnt den auch schräg drauf machen. Also, ne, der Kreativität sind ja keine Grenzen gesetzt und der Fantasie schon gar nicht. Ich habe die aber alle gerade gemacht, deshalb mache ich das jetzt hier auch. So. Und dann mache ich hier einen von Herzen auf. So. Den blöden Tombow wieder nehmen. Ich muss morgen also unbedingt meinen Kleber auffüllen. Genau. Den setze ich hier neben. Wenn es geht gerade. Und fertig ist die Karte. So. Ich habe also, wie gesagt, noch ein paar übrig. Ich habe aber auch noch Papier und deshalb ist das auch gar nicht schlimm. Die werden also auf jeden Fall verbastelt. Und dann zeige ich euch davon die mal. Das wäre ja jetzt Karte 23. Das ist Karte 24. Das ist Karte 25. Karte 26. Karte 27. Also, 27 Karten aus den Papieren, die ich euch am Anfang des Videos bzw. bei der ersten Sequenz gezeigt habe. Und ich kann euch nur sagen, ja, Blöcke sind schön, Papier streicheln macht auch Spaß. Aber ich habe irgendwann gemerkt, man kommt an seine Grenzen, weil man eben wirklich irgendwann keinen Platz mehr hat. Man muss also notgedrungen irgendwann anfangen, die Dinger auch mal zu verbasteln. Und ich mache euch das mal hier so, damit ihr sie vielleicht alle seht, auf einen Haufen. Nein, tut ja immer noch nicht, weil die zu weit oben sind. Ich versuche es mal so. Naja, also ihr seht, viel Karten. Genau. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, ob das für euch Inspiration ist, ob ihr das gut findet, wenn man so große, naja, so vollflächige Blätter mit Mustern, die sich schwer verbasteln lassen. Ich meine, klar, für Geschenkboxen und so lassen sich die gut verbasteln. Aber wie viele Geschenkboxen bastelt man dann? Dann schickt man ja eher mal eine Karte weg. Und genau. Also, ich fand die Idee ganz gut und bin froh, dass ich das Größte von dem Block jetzt los bin, im Sinne von verbastelt. Und finde die Karten eigentlich auch sehr gelungen. Also, bis auf die, die gefällt mir nicht so. Aber das ist auch nicht so schlimm. Mir muss nicht alles gefallen. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen gebt, wenn ihr in die Kommentare reinschreibt, wie ihr die Karten findet. Vielleicht sagt ihr mir auch, welcher Karten-Sketch euch am besten gefallen hat. Also, wie gesagt, ich habe mich an keinen gehalten, den es irgendwo im Internet gibt. Ich habe einfach nur losgebastelt. Aber natürlich sind es in der Art dann irgendwie Sketche, ne? Denke ich mal. Aber egal. Also, wie gesagt. Ich würde mich freuen über Kommentare von euch. Ich würde mich über ein Däumchen freuen. Wenn ihr mir ein Abo dalasst, freue ich mich auch. Ist kostenlos. Und ich werde jetzt öfter mal sowas machen und zeigen, wie man die Blöcke, die man so heiß geliebt gesammelt hat und eigentlich streicheln wollte, dann auch mal verbasteln kann, damit man wieder Platz für neue hat. Denn ich kann euch sagen, ich habe mir vorgenommen, keine Blöcke mehr zu holen. Ich habe mittlerweile trotzdem schon wieder zwei oder drei gekauft, weil die einfach so, so schön sind und ich da sofort Ideen mit hatte. Problem ist, wenn die anderen alle noch im Regal stehen, dann wird es schwierig. Aber jetzt habe ich herausgefunden, wie schnell man Umschläge machen kann. Das mit den Umschlägen finde ich eine super Idee und da bleibt auch nicht viel Rest vom Papier übrig. Das kann man immer dann noch, also wenn man Umschlag macht, irgendwie gleich ein, zwei Kärtchen basteln und dann ist gut und dann ist man ein Blatt los. Also, wenn ihr wollt, kann ich euch das ja mal zeigen morgen mit dem Punchboard. Das ist wirklich super, super easy. Also ich habe bis jetzt nur Umschläge gemacht, aber es ist super, super easy. Und es hat echt Spaß gemacht, weil es geht einfach super schnell und man hat eben wirklich, wenn man Karten macht, einen passenden Umschlag dazu. Und wer freut sich denn nicht über einen gemachten Umschlag, wenn da jetzt noch ein Etikett drauf ist oder eben mein Etikettendrucker macht das ja so. Aber es gibt ja auch so selbstklebende Etiketten, die man beschriften kann. Da freut sich doch jeder drüber, oder? Denke ich jedenfalls. So, es ist Samstagabend. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Wie gesagt, vielleicht mache ich morgen mal ein, wenn ich es schaffe, ich weiß es nicht, ein Video mit dem Punchboard, mit den Umschlägen. Dann, das ist wirklich super cool. Kann ich jedem nur empfehlen. Es stand ja schon lange auf meiner Wunschliste und jetzt musste es irgendwann mal mit. Und ich habe es, wie gesagt, auch gleich genutzt. So, jetzt genug gequatscht. Schönes Wochenende wünsche ich euch. Bleibt gesund. Ich hoffe, euch ist das Wetter besser und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.